Konzert hineinplatze, es ist ein magischer Ort, hier auf der Loreley, fast auf den Tag. Genau vor 20 Jahren fand hier das letzte Konzert statt. Ich erinnere mich noch, als die Ankündigung von der Kelly Family kam und sie drei Konzerte zum Verkauf gegeben haben. Das erste Konzert war nach 20 Minuten ausverkauft, das zweite nach zwei Stunden und das dritte nach vier Stunden. Kurz danach haben sie uns die große Freude bereitet, als sie sich bereit erklärten, dass sie ein neues Album herausbringen wollen. Dieses großartige Werk We Got Love ist inzwischen unfassbar erfolgreich geworden. Und ich weiß, ich weiß ganz sicher, dass dieser Erfolg und das war das, was die Kelly Family immer ausgezeichnet hat, dass dieser Erfolg durch euch gekommen ist. Und sie auch diesen Erfolg gemacht haben. Sie haben inzwischen von We Got Love über 500.000 CDs verkauft. Das ist ein zweieiniges Konzert. Sie haben in fast allen europäischen Städten gespielt und über eine halbe Million Zuschauer angelockt. Das ist euer Erfolg. Aber heute Abend lasst uns alle gemeinsam die Kelly Family ehren. Und so möchte ich anfangen, indem ich für diese über 500.000 verkauften CDs schau her, gebt mal einen fitten Applaus. Hey, die hat die Bürger verhebte. Und ihr diese Leute in allem der Augen wieder einschlüfte. Danke. Und es geht weiter. Es geht weiter. Patricia, bitte komm nach vorne. Bitte komm nach vorne. Danke. Bitte Applaus für sie. Ja. 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 Es ist eure Freund. Es ist eures. Ihr sagt die Kelly Family. Wir sind die Kelly Family. Ich behalte das für euch zu Hause, okay? Ja. Und ganz und jetzt der nächste hier auf der Bühne bitte einen fetten Applaus Angelo! Und jetzt wird es sportlich. Bitte einen feinen Applaus für Toni! Jimmy! Es geht weiter! Sassler Performer, bitte gebt ihm einen fetten Applaus! Lass noch nicht Jimmy! Es ist euer Erfolg! Ihr behaltet es für mich! Okay? Ihr junger Mann, gib das mal, die junge Frau da vorne! So! Nehmt doch eine Kamera weg! Gib mal dieses CD an diese hübsche Junge oder diese hübsche oder irgendeine! Es ist euer Erfolg! Ihr behaltet es für mich! Danke schön! Danke schön! Ich sag mir sowas nicht, aber ich danke euch! Jimmy! Sehr gut! Sehr gut! Und jetzt! Und jetzt bitte! Ebenfalls hart verdient! Paul! Und jetzt ein Funderapplaus für die Cali-Family! So! Wir freuen uns aber kurz mit euch vorzumachen! Ist das in Ordnung? Ja! Wir drehen uns einfach um! Und da auch ein paar Leute, die wir bedanken wollen! Auch die engsten hier im Team! Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr! Jochi Aro, der gerade gesprochen hat! Der hat an uns geglaubt sehr frühzeitig! Dann Jörg Helwig, der auch sehr, sehr, sehr wichtig hierbei war! Und Boris! Ja! Ja! Ja!